Begrüßung So, wie ihr sehen könnt, ich spiele heute Get Down, aber nicht einfach so Get Down, ich spiele heute eine Challenge, und zwar die Nicht-Sprinten-Challenge. Ganz einfach erklärt, ich darf nicht sprinten. Ich habe mir auch den Hotkey weggelegt, dass ich nicht in Versuchung komme, auch irgendwie zu sprinten, und ich stelle mir diese Challenge echt schwer vor, weil ich überhaupt nicht weit komme und extrem langsam bin, aber den da unten bekomme ich noch, und dann bin ich eh schon wieder ziemlich verloren. So, mein Ziel ist übrigens nicht die Runde zu gewinnen, weil das wird so ziemlich unmöglich, wenn einer mal ein bisschen mehr Coins hat wie ich, dann wird es schon unmöglich. Also, ich schau mal einfach, dass ich mindestens einen Kill mache, das reicht wahrscheinlich auch schon. Geht sich das aus? Ein Herz, okay, das ist ausgegangen. Jetzt kann ich hier nämlich den drüben vielleicht holen. Nein, das sieht sich leider nicht aus. Okay, aber sonst welche, vielleicht da drüben. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendeiner so 1600 Coins oder so bekommt, weil da habe ich sowieso überhaupt keine Chance dann. So, den da drüben oder den kann ich mir auf jeden Fall holen, aber ich muss da schauen, dass ich überliebe jetzt mal. Komm, ein Herz, okay. Den bekomme ich wahrscheinlich nicht, den riskiere ich nicht, ohne sprinten wird es extrem schwer, den zu bekommen. Also gehe ich auf den da oder den bekomme ich sicher. Okay, jetzt habe ich sogar schon 341 Coins, immerhin. Oder soll ich es noch riskieren, den da oben zu bekommen? Okay, no risk, no fun. Ja, ich habe ihn sogar. Oh mein Gott, ich habe mir nicht gedacht, dass ich den noch bekomme. Da ist noch einer. Nein. Ah, den hätte ich nicht bekommen. Okay, das geht sich natürlich aus. Okay, immerhin 400 Coins nach der ersten Runde, immerhin finde ich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, was jetzt auf der nächsten Map geht. Zauberfabrik. Komm, der hat mich schon wieder weggeschnappt. Komm, ich will da drüben, da sehe ich extrem viele. Den da. Und. Den da. Und. Jetzt spupst mich mehr runter. Da waren es so viele. Wie gibt es das? Okay, jetzt da hinten, den hole ich mir hundertprozentig. Und jetzt beendet schon wer. Jetzt könnte ich mir da hinten mal Coinblöcke holen. Komm, den hole ich mir. Ja! Schauen wir mal, ich kann eigentlich gar nichts machen. Was kauf ich mir jetzt am besten? Das, das. Das, das. Holzschwert. Und Verbrennung am besten. Okay, wir sehen uns gleich im Deathmatch. So, da sind wir auch schon im Deathmatch. Und ich schau gleich mal. Oh, ein Full Tier. Kann ich mir den holen? Komm, komm, komm. Vielleicht. Ah, da kann ich überhaupt nichts machen gegen den hier. Gleich tot. Ja, was soll ich machen? Probiert diese Challenge auch aus. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Sie ist extrem schwer. Wenn einer von euch sie schafft. Respekt an euch dann. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute.